Zum Sport. Was erwartet, was erwartet, ach was erwartet, was erwartet uns in der Champignons League? Hier sind die Paarungen des Achselfinales. Meins 05 gegen Deins 04. Werner Bremen gegen Hansi Rohrstock. Realkauf Madrid gegen FC Lidlpool. 1. FC Kaiserschmarrn gegen Bayer Lebkuchen. Hamburger Spuckverein gegen Rotzweißessen. Herpes BSC Berlin gegen FC Barcelona. Energie Kotzbus gegen Rai an München. Juventus Urin gegen Lokosmotive Moskau. Manchester United gegen Tottenham Bremsspur. Stender Lüttich gegen Blasemar London. Und Hintern Mailand empfängt zu Hause bei einem Fäckerlissabums.